Schnell das als Frühstück hier. Was gibt's dazu? Das gibt's den Qualitäts-Shaker hier. Erstmal schreden wir als Frühstückball an. Mal gucken, was die Mess-Shits sind. Die Mess-Shits... Mess-Shits... Ich habe eine wunderschöne E-Mail bekommen. Von der Sandra. Und die möchte gerne, dass ich in Portugal am 19. Juli... Mal gucken. Sandra Ferreira. Hört sich schon mal gut an. Hört sich sexy an. Wer weiß, ob die nicht auch sexy ist. Am 15. Juli 2018 ist nochmal in Portugal. Eine wunderschöne Meisterschaft. Mensch, Joro. Da gibt's die 212-Kategorie. Ist am Start. Bikini und Figur. Und Merns Physik. David, mein Kumpel, Joro. Merns Physik, das wäre doch auch was für dich, du. Also, Merns... Classic? Classic-Man? Classic-Männer? Haben sie dich dabei? Und Merns Physik? Vielleicht wäre das, dass wir da auch mal hin könnten. So zu zweit, zu dritt. Mit einem Bussi. Wäre dann eine geile Aktion, Alter. Ist auch schön im Sommer. Im Portugal. Bisschen... Bisschen reiße Mädels, reißes Wetter. Bisschen Strand. Ist auch nicht weit von entfernt. Ist doch genau meine Masche. David, Junge. Du musst einfach noch mal ein bisschen abschmeißen. Mit dem Gewicht. Ist ja jetzt eh schon weit gut gewesen. Ist ja eh flach wie die Brust hier. Hier mal ein bisschen auf Flachheit gehen. Dann kannst du ja bei der Merns Physik mitmachen. Ein bisschen den Ballern. Dann mach ich, wie gesagt, bei der 212er hier. Räume ich noch mal ab. Und du vielleicht, wie gesagt, Merns Physik. Einfach mal so, weiß nicht, was ist das denn hier? 50 Kilo, 10 Kilo. Kannst du ja auch noch mal abschmeißen. Dann setzen wir dich halt einfach auf die... Nach New York kriegst du einfach von uns nichts mehr zu fressen. Dann gehen ja Matze und ich schön essen nach dem Wettkampf. Und du guckst uns schön zu ein bisschen her, ne? So. Aber immer lange. Muss ich ja auch noch mal. Verdammte Scheife hier frecken. Meine schönen Eier. Reines Eiklar hier. Kennst du noch aus dem... Oh. Aus dem Report hier von... Von der... Italien. Wie wir schön die Eier getrennt. Wie wir schön unsere Eier getrennt haben. Kann mal die Zuschauer da was mitbekommen. Du mir deine Methode. Ich meine... Ja, wie gesagt, jetzt solltest du mal deine Methode anwenden, um mal in die... Merns Physik-Klasse reinzukommen. Dann ballern wir da hin. Ich glaube, die Zuschauer würden das auch ganz geil finden. Die beiden Muskelkörper hier... Ne? Und Scotty finden das sowieso gut. Oder was weißt du Scotty? Ne? Magst du auch ein bisschen Ei? Komm, du bist auch ein schreckliches Bodybuilder, ne? Yeah. Ja, David. Wie sieht's da aus? Ich erwarte deine Antwort. Ne? Portugal ruft. Muskeln, Moneten und Muschis. Würde ich sagen. Würde ich nicht. Euer was. Ach leur. . Untertitelung des ZDF, 2020